Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 26.800 US-Dollar, wenig Veränderung im Gegensatz zu gestern, nachdem unsere Long-Position getriggert wurde. Wir sind gestern im Livestream nochmal ausführlich drauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise sind es nochmal ausführlich eingegangen, wo unsere Take-Profits liegen, wo unser Entry ist. Meine Güte, es ist früh morgens, ich bin noch nicht wirklich so richtig auf Rille, auf jeden Fall. Ja, Bitcoin, Ethereum, beide Trades laufen noch, beziehungsweise Ethereum wieder, wieso, weshalb, warum, werden wir uns auf jeden Fall jetzt gleich im Update anschauen. Außerdem, was macht unser Bitcoin-Trade, wie lange werden wir den noch offen halten, wo sind da unsere Take-Profits, auch das werden wir uns natürlich anschauen und den weiteren Fahrplan für den laufenden Tag. Bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne, wenn ihr Bock habt, in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. pp. oder Signale, sowas wie hier, kommt da gerne rein, der Link ist unten in der Videobeschreibung wieder drin. Dann natürlich alles for free, wenn ihr darauf Bock habt, kommt da gerne rein. Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wir sind jetzt momentan auf einem 1-Stunden-Chart unterwegs, Bitcoin 26.833 US-Dollar. Erster Take-Profit haben wir gestern gesagt, 27.400 US-Dollar und wir sind gedreht bei 27.352. Das heißt, wir haben weniger die Ineffizienz, noch das kleine Golden Pocket, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken hier, das FIP-Level dazuziehen. Wir sind wieder nur ans 0,5er gekommen, nachdem unser Entry hier beim Golden Pocket perfekt war, sind wir hier oben wieder nur ans 0,5er gekommen. Also ich muss hier vielleicht mal zukünftig ein bisschen die Take-Profits doch vielleicht ein bisschen eher setzen. Ärgert, weil es einfach wegen, hier waren es knapp 50 Dollar, aber wir hatten schon engere Take-Profits und sowas. Also mal schauen, der Trade ist auf jeden Fall noch offen. Wir hatten Stop-Loss, haben wir ja gesagt, hier unten bei den 26.450 nach jetzigem Stand. Wurde nicht ausgelöst, alles noch im Rahmen. Wir können immer noch, wir haben immer noch so eine kleine Bullish-Divergence, die hat sich wieder ein bisschen sogar noch verstärkt. Also die Chance auf eine Trendwende ist auf jeden Fall noch da. 1-Stunden-Time-Film haben wir zwar unter dem Golden Pocket geschlossen, schauen wir uns das Ganze jetzt mal auf dem 4-Stunden-Time-Film an, wie sieht es dort aus. Dort sind wir genau im Golden Pocket drin gewesen. Also nicht so dramatisch, wie sieht es momentan aus, die Chance ist immer noch da. Deswegen ist der Trade auch noch offen, nur der Fahrplan wurde halt knapp nicht erreicht. Interessant wird es jetzt dann erst einmal werden, wie hier oben die Reaktion ist bei unserem kleinen Gap, beziehungsweise bei unserer kleinen Ineffizienz hier oben bei den 27.050. kriegen wir hier oben schon erst einen Struggle rein. Das heißt, wir konsolidieren hier so und versuchen dann hier so langsam wieder abverkauft zu werden. Werde ich wahrscheinlich dann auch die Position schließen und dann war es ein Versuch wert. Dann sind wir wenigstens noch im Profit hier minimal raus. Aber ansonsten macht es keinen Sinn, weil nochmal ein tieferes Tief würde, glaube ich, der Kurs jetzt nicht oder würde den Kurs jetzt nicht wirklich gut tun nach jetzigem Stand. Wir haben hier zum Glück nicht drunter geschlossen unter den 26.600 US-Dollar. Also alles noch momentan im Rahmen. Die Bullish Divergence ist noch da, die kann uns immer noch ein bisschen nach oben drücken, auch wenn man das jetzt nicht zu übergewichten sollte. Volumen ist weiterhin Mangelware, kein tieferes Tief hier drüben. Also es gibt noch Hoffnung, deswegen lasse ich die Position auch jetzt noch offen. Da warten wir jetzt erst einmal noch ein bisschen ab. Ansonsten brechen wir hier oben durch, ist weiterhin für mich das Ziel klar, dass wir hier in Richtung 27.566 US-Dollar gehen. Für euch alle nochmal, Ziel sind 27.400, dort wird der Stop Loss auf Entry gesetzt, dort wird der erste Take Profit genommen und dann ist erstmal Ruhe in dem ganzen Ding. Den zweiten Take Profit werde ich dann auf jeden Fall noch in der Telegram-Gruppe da nochmal genauer mitteilen. Aber das ist jetzt erstmal hier oben, wo eben die erste kleine Ineffizienz auf uns wartet. Dort möchte ich erstmal hin, dann möglicherweise nochmal ein höheres Tief und dann, sag ich mal, einen Abtrend nach oben hin starten. Heute startet der ganze Mist in Hongkong, also legalisiert und sowas. Mal gucken, ob dadurch vielleicht endlich mal ein bisschen mehr Volumen reinkommt. Das ist ja das, was uns seit Wochen hier einfach fehlt. Wir haben kein Volumen im Markt. Vielleicht kommt durch diese neuen Märkte neues Volumen rein, heißt nicht, dass es ultra-bullish ist. Es kann genauso zum Abverkauf genutzt werden. Trotzdem, neue Liquiditätsquelle ist einfach gut, einerseits für einen potenziellen Bullrun, andererseits natürlich auch generell für die Märkte, um einfach mal wieder deutlich, deutlich mehr Bewegung da rein zu bekommen. Also das mal im Hinterkopf behalten. Außerdem heute noch zwei kleine News, ADP-Beschäftigungszahlenänderung und Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe bzw. Erstanträge kommt heute Mittag um. Ich will jetzt nicht lügen, 15.30 Uhr, ich weiß es nicht ganz genau, 14 oder 15.30 Uhr wegen der Zeitverschiebung. Schauen wir das nochmal ganz kurz an. Wenn ich es offen habe, muss ich jetzt gerade lunzen. Okay, 14.30 Uhr kommen die Zahlen. Da mal ein ganz besonderes Augenmerk drauf werfen und dann schauen wir im Endeffekt, wie es weitergehen wird. Ansonsten gibt es wenig zu sagen bei Bitcoin. Die Bewegung bleibt klar, es ist einfach zu wenig Bewegung drin, um jetzt hier 10 Minuten einfach nur über Bitcoin zu quatschen. Ich warte hier drauf, dass der Bereich geschlossen wird, höheres Tief reinkommt und dann der Trend nach oben hin langsam aber sicher mal gebildet, weil wir übergeordnet sind, wir immer noch so in so einem kleinen Downtrend. Das muss auch natürlich da draußen fix sein. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier zwei Kleinigkeiten. Ne, wir bleiben im 1-Stunden-Timeframe. Also, erstens, erster Take-Profit wurde ausgelöst. Hier oben, wir haben gestern drüber gesprochen, wir legen es vor das Golden Pocket, weil genau so wie es bei Bitcoin war, hätte ich es vielleicht bei Bitcoin jetzt auch machen sollen. Im Endeffekt lieber mal vorher Take-Profit nehmen. Nein, wir haben hier bei 1.880 US-Dollar den ersten Take-Profit genommen. Daraufhin, also wir können jetzt erstmal sagen, okay, wir haben hier 1,79% Profit erstmal erwirtschaftet. Schon mal gutes Zeichen. Daraufhin ging es nach unten. Ich bin heute früh aufgewacht, dachte mir, okay, bin jetzt wieder rein in der Position. Also, das heißt im Endeffekt, erster Take-Profit erreicht, dann in den Stop-Loss-Entry gelaufen. Jetzt ist die Position wieder offen. Und, ja genau, also im Endeffekt hat sich nichts geändert an der Position. Der Stop-Loss bleibt beim Endeffekt gleich. Also, es ist alles genauso wie gestern. Vielleicht habt ihr alle die Position noch offen, habt nicht den ersten Take-Profit genommen. Bei mir ist er jetzt auf jeden Fall getriggert worden. Bin ich jetzt erstmal gut und froh, dass wenigstens hier erster Take-Profit ist. Wie gesagt, die Position läuft jetzt erstmal noch. Sollte hier wieder irgendwie Struggle reinkommen. Also, hier oben vor allem bei diesen 1.870 US-Dollar. Dann werde ich die Position schließen. Also, dann mache ich mir Gedanken, weil dann ist es nicht gut, dass wir, wenn wir hier Struggle reinkriegen, tieferes hoch. Und, dass wir dann weiter abverkauft werden, wäre jetzt einfach nicht Sinn und Zweck davon. Auch hier muss man dazu sagen, schöne 1-Stunden-Bullish-Divergence gefällt mir gut. Aber es muss einfach mehr Kraft dahinter kommen. Und deswegen, sobald wir hier oben nur Anzeichen eines Struggles sehen, bei diesen 1.870, wo einerseits die Ineffizienz ist, wo die 1-Stunden-Supply-Zone ist, dann werde ich die Position sehr, sehr wahrscheinlich schließen. Dann ist es gut und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Und interessanterweise, wie gesagt, hier haben wir das Golden Pocket getroffen. Bei Bitcoin war es nur das 0,5er. Also, auch hier muss man immer wieder ein bisschen anders traden als im Endeffekt. Man kann Bitcoin und Ethereum momentan einfach 0 vergleichen. Und Ethereum ist eher wieder so ein bisschen mehr auf Golden Pocket aus. Bitcoin absolut auf 0,5er. Gestern war es dann wiederum Glückstreffer mit dem Golden Pocket. Heute Nacht dann wieder nicht. Also, es ist wirklich schwer. Ich tue mir momentan echt schwer, einerseits Entries zu finden und andererseits natürlich auch dann Take-Profits zu finden. Im 4-Stunden-Timeframe hat der RSI sich nochmal ein bisschen abgekühlt. 43, aber keine Bullish-Divergence oder sonstiges. Also, 4-Stunden-Timeframe sieht absolut öde aus nach jetzigem Stand. Also, da keine wirklichen Impulse hier, was wir hier wirklich sehen. Deswegen bleiben wir hier auch erstmal auf einem 1-Stunden-Chart unterwegs. Kein tieferes Tief, muss man auch dazu sagen. Wir machen das auch mal ganz kurz weg. Kein tieferes Tief, was wir hier momentan gebildet haben. Klar, wir haben die Liquidität hier drunter gewickt. Schönen Aufkauf bekommen. Also, das ist jetzt mal ein bisschen im Blick behalten. Ich bleibe hier weiterhin dabei. Sobald wir hier eben diese 1.870 mal rausnehmen sollten, also wirklich impulsiv, und dann nochmal einen Wig drüber kriegen, dann sieht es gut aus. Ansonsten müssen wir uns hier wirklich Gedanken machen und die Position schließen. Also, perfekter Gang wäre sowas in der Art. Höhere Tiefs und dann Breakout nach oben hin. Das wäre jetzt momentan das bullischste Ziel. Sollten wir hier im Endeffekt gleich Struggle reinkriegen. Dann könnten wir sogar überlegen, ob wir einen kleinen Hedge aufmachen und somit auch eine Short-Position. Aber das ist lieber noch nicht so Short-lastig denken. Grundsätzlich ja, momentan ist ein bisschen mehr Short-Stimmung. Aber trotzdem, die Long-Positionen sind jetzt erstmal noch offen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Stand dazu. Also, ansonsten gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber. Genau, Shift-Crypto wird zu Bitbox eine neue Ära für die Bitcoin-Hardware-Wallet. Finde ich gut, dass man sich hier für den Namen entschieden hat. Bitbox, Bitbox sowieso momentan mein Favorite nach der ganzen Letcher-Geschichte. Aber ich glaube, das habe ich ja schon öfters gesagt. Zumindest für Bitcoin-Only kann ich nur die Bitbox empfehlen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns heute Abend um 19 Uhr wieder Livestream. Gestern waren schon einige dabei. Kleiner Reminder auf dem Zweitkanal. Link auch unten in der Videobeschreibung. Werden jetzt um 9, 12 und ich glaube um 15 Uhr bis Samstag drei Videos hochgeladen. Das heißt, drei Short-Videos von den ganzen Analysen, die wir gestern besprochen haben. Also gebt euch die gerne. Abonniert auch gerne den Zweitkanal. Würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von mir. Wir hören uns heute Abend wieder. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Tag. Wenn es irgendwas gibt, lasse ich euch in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden. Und ja, das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.